Hallo und schön, dass du da bist bei Zeichne Dich Schlau. Heute geht es bei mir darum, zu verstehen, dass es niemanden, aber auch wirklich niemanden auf der Welt gibt, der perfekt ist. Und das Fehlermachen einfach zum Leben dazugehört. Damit du eine genaue Vorstellung davon bekommst, habe ich dir jemanden mitgebracht. Hallo, ich bin der kleine Fehler. Weißt du, mich gibt es schon seit vielen tausend Jahren. Ich bin überall und ich komme auch oft mal zu Besuch. Ich habe schon viele Millionen Menschen auf dieser Welt getroffen. Und ich komme öfter mal zu dir. Ich bin eben überall und du kannst nichts dagegen tun. Wenn du dich nicht konzentrierst, dann kommt meine Zeit und ich mache einen Blödsinn. Das macht mir Spaß. Ich schleiche mich in deine Matheaufgaben. Ich klebe mich auch gerne an Buchstaben. Wie ich Lust und Laune habe, schmuggel ich mich gern dazu oder nehme auch etwas weg. Aber weißt du was? Ich bin ganz normal. Wenn es mich nicht gäbe, dann würdest du nichts lernen. Merk dir das? Sieh mich als deinen Freund. Denn immer, wenn ich dich besuche, dann lernst du aus mir. Mach's gut! Ja, das war der kleine Fehler. Vielleicht bist du ihm schon mal begegnet. Ganz bestimmt sogar. Hast du schon mal jemanden getroffen, der in seinem Leben noch nie einen Fehler gemacht hat? Wenn ja, musst du mir das unbedingt mitteilen. Also bei mir war er schon ganz oft. Aber es stimmt, einige Fehler habe ich bestimmt nicht noch einmal gemacht und habe daraus lernen können. Deshalb nutze auch du die Chance, den kleinen Fehler zu akzeptieren und dich mit ihm anzufreunden. Stell dir vor, du schlägst dein Heft auf und dein kleiner Fehler würde dir Hallo sagen. Sieht dein kleiner Fehler vielleicht so aus, wie der, den ich gezeichnet habe? Zeichne deinen kleinen Fehler und schicke ihn mir. Das würde mich interessieren, wie er aussieht. Ich wünsche dir einen schönen Tag und bitte denke mal daran. Niemand ist perfekt. Bis bald! Hat dir das Video gefallen? Dann gib mir einen Daumen nach oben und abonniere meinen Kanal.